Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ah, Flops, ja, Bücherflops. Nicht so schön, oder? Das Thema, ich weiß. Wir haben ja alle unsere eigene und unterschiedliche Meinungen, verschiedene, ich sag mal, Bedürfnisse, was das Lesen angeht, Vorlieben und solche Sachen und Erwartungen, ganz hohe Erwartungen auch an Bücher. Teilweise zu hohe, manchmal sind sie aber auch gleich direkt relativ niedrig gesetzt. Und deswegen zeige ich euch heute meine Flops, also meine persönliche Flops von 2019. Muss sein, geht nicht anders, aber here we are. Und, ähm, genau, bevor ich das Buch vergesse, fangen euch direkt an mit Jordan Asperger's Pupspulver, Dr. Proctus Pupspulver. Muss ich einfügen, weil ich das Buch ja nur aus der Schule ausgeliehen hatte für das Bücherfest, seit 2019. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist zwar einfach, ich hab das eigentlich mit meinem Sohn lesen wollen. Nix da, Pupspulver ging gar nicht. Äh, der Anfang war noch okay, aber dann kamen die Ratten und die Bilder waren allgemein sehr eklig. Und Bulle, so ein kleines Kind, so voll mini-mäßig oder so, ähm, das ist eh diskriminierend gewesen, das Buch. Äh, wird noch von einer Anaconda gefressen und da hinten ausgeschieden und so, äh, voll eklig. Und das ist für Kinder. Boah, da denk ich so, Alter, was geht, was hat sich John Lesbow dabei gedacht? Ich meine, es ist ein Zwiller, Zwiller hier, Schreiber, Schreiberling, ne, aber, ja, Schuster bleibt bei deinen Leisten, ne? Ja, genau. So, äh, Mary Simpsons, der Sommer der Sternschnuppen habe ich mal geschenkt bekommen, aus dem Plan Vanille Verlag. Ähm, die Bücher sind übrigens nicht geordnet, also ich mach die einfach random, ohne dass die von, weiß ich nicht, bis runter zur 1, also es gibt kein schlechtes Buch, die sind alle, die haben mich alle irgendwo enttäuscht. Äh, ich konnte diese, diese Quays so unfassbar gar nicht leiden, die war so absolut überhaupt gar nicht sympathisch, ähm, und einfach nur total dämlich und das Buch war unfassbar vorhersehbar. Pfff, ne, gar nicht. Ähm, mit meinem Sohn wollte ich eigentlich, hab ich, also ich hab das Buch mal geschenkt gekriegt. Ähm, und ich wollte das mit meinem Sohn lesen, auf Expedition mit dem magischen Baumhaus von Mary Pop Osborne. Das ist ja so gehypt, das Buch, das wird ja echt, also diese ganze magische Baumhaus-Reihe und so, ist ja super toll. Ich hab das Buch geschenkt gekriegt, beziehungsweise mein Sohn hat das Geschenkt gekriegt, aber, äh, ja, also, äh, hier werden auch, äh, die Leute tragen auch tatsächlich Eisbärenfell und solche Sachen, da sind Jäger und alles. Was soll ich denn mit so einem Scheiß, Entschuldigung, was soll ich denn mit so einem Schrott und das mit meinem Sohn dann auch noch lesen? Das ist ja ganz okay, wenn sowas da in den Büchern geschrieben wird. Überhaupt gar nicht. Also, nada, null. Also, ich hab das dann auch, ähm, ich hab dann, ähm, tatsächlich den Schrott dann abgebrochen und dann die nächste Geschichte haben wir gelesen, auch mit Robben und Robbenjäger und, waaah, weg damit echt, waaah, pfui, ehrlich, nix mit Jagd und ich kann sowas nicht lesen. Ne, ich mag das nicht, gar nicht, überhaupt gar nicht, äh, ich bin nicht Vegetarierin oder so, aber ich kann das nicht lesen. Ähm, genau. Äh, enttäuscht hat mich Edward Wilson Lee, Shakespeare in Swahili-Land, äh, literarische Spurenreise, habe ich vom Klögerportal erhalten. Ähm, ja, es ist irgendwie, ähm, ich weiß nicht, was das mit Shakespeare zu tun haben sollte. Schon ein bisschen eingestirbt hier. Äh, ja, ich hab mir ein paar Markierungen gemacht, aber letztendlich, es hat mich einfach nur so unfassbar gelangweilt und... Ach so, zu den meisten Büchern gibt's hierzu auch eine Rezension übrigens, ne, also ein einzelnes Video. Äh, Ikigai, das 12-Wochen-Programm für Glück und Gesundheit von Caroline Dessau-Reine aus dem Iriziana Verlag, habe ich vom Bloggerportal erhalten. Ähm, wenn ich mich angegriffen, wenn ich mich angreifen lassen möchte, dann kann man das... Äh, äh, was soll der Mist? Warum muss ich mir vorschreiben lassen, wie ich mein Leben zu leben hab? Also ehrlich. Ähm, und das macht das ja hier. Und, ähm, alle, die das nicht bewerkstelligen oder was weiß ich was, die sind doof. So. Ist meine Interpretation davon. Nee, danke. Vom Bloggerportal habe ich Christina Valentin Garten der Wünsche aus dem Iriziana Verlag erhalten. Pfff. Pfff. Was soll mir das Buch eigentlich sagen? Ich wusste nicht, was das Buch mir sagen sollte. Äh, die Rumi. Äh, ja, gut, sie hat sich einfach, ja. Ähm, schwanger werden ist halt auch nicht leicht, ne? Punkt. Und so. Kann sich ein Lied von singen. Aber ihren Mann so anzugehen, dass der ja überhaupt keine Ahnung davon hat, wie schwierig es ihr geht oder wie schlecht es ihr geht, ist einfach nur falsch. Ganz ehrlich. Wisst ihr, was ein Mann in dieser, ähm, Phase, wenn die Frau, wenn, 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 wenn das nicht klappt mit dem Schwanger werden, ne? Dann muss der Mann ebenfalls eine Art Prozedur durchmachen, ne? Ähm, er muss sich da so, äh, Proben entnehmen lassen und solche Sachen. Woher ich das weiß? Ich bin Expertin darin. So. Ähm, und solche, solche komischen Sachen halt, ne? Und, ähm, ähm, dann ständig auf den Mann herumzuhacken und alles. Also, das geht gar nicht. Also, ähm, was, was ein Mann in dieser Zeit alles mit der Frau, mit der Frau erleben muss. Ähm, diese Gefühlsausbrüche und diese ganzen, ähm, Gefühlsschwankungen und diesen ganzen Hormonscheiß, was da alles passiert. Das muss ja der, der Mann im Prinzip reflektieren und, ähm, aushalten, ne? Und, ähm, da muss man als Frau schon so ein bisschen, ähm, Verständnis auch für den Kerl haben. Dass er halt auch manchmal einfach keinen Bock mehr hat, ne? Dass es auch mal eine Auszeit braucht und so. Vollkommen verständlich. So. Liebe unter Aliens, hätte cool werden können, ist es aber nicht. Von Theresia Mora. Ähm, gelesen von Fritzi Haberland und David Streso. Ähm, pfff, ehrlich, die Geschichten, die hier drin sind, sind ja noch nicht mal alle. Ich weiß, dass ungefähr die Hälfte der Geschichten allgemein fehlt von diesen ganzen Sachen. Ähm, man hat ja auch hier gar nicht, äh, man sieht ja hier auch gar nicht, welche Geschichten insgesamt hier dabei sind, ne? Äh, ich hab ja gedacht, Liebe unter Aliens sind so ein bisschen andersartige Beziehungen oder wie auch immer. Aber das ist ja alles so total hohl. Die Protagonistinnen sind alle wahnsinnig dämlich. Unfassbar dämlich. Äh, die Kerle sind alle irgendwie ein bisschen blam blam im Kopf. Und, äh, Ich weiß echt nicht, was die Autorin einem damit sagen wollte, in diesen Kurzgeschichten. Ich hab keine Ahnung. Ich hab irgendwann gedacht, ey, holt mich hier ab, ne? Ähm, genau. Ich bin jetzt kein Star, aber holt mich lieber ab. Ähm, hab ich übrigens vom Bloggerportal erhalten, genau. Äh, von meinem Sub gelesen, ihrer Lieben, die Frauen von Stepford. Ich dachte nur, was ist das denn für ein Müll? Es ist nicht lang, aber es hat sich so unfassbar in die Länge gezogen, das ganze Buch. Dass ich dachte, boah, aber ich wollte es einfach mal weg haben, ne? Nicht immer so ewig lang liegen lassen. Äh, ja. Der Film ist eindeutig besser. Viel, 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 viel. Tausendmal besser. Ähm, hier stimmt weder die Serie noch das Buch Night Flyers von George R. R. Martin. Ich meine, ich hab endlich mal ein George R. R. Martin Buch gelesen. Hab ich noch nicht. Die Dunkelheit zwischen den Sternen. Äh, aus dem Pine-Hurling Verlag oder sowas. Eine Netflix-Serie gibt's ja auch dazu. Oder gab es. Wurde ja dann abgesetzt. Ähm. Ja, was soll ich zu diesem Buch sagen? Außer, äh, dass ich dachte, oh Gott, was ist das denn für ein Scheiß? Ehrlich. Äh. Äh. Und. Ähm. Ähm, ebenfalls enttäuscht, weil übrigens gehypt, hat mich, ähm, Jen Lyons, der Untergang der Könige, aus dem Hobbit-Press-Klett-Kotter-Verlag. Achso, das hab ich übrigens auch vom Blogger-Portal erhalten. Genauso wie ich, ne, das hab ich mir, und das ist ja das Doofe, ich habe hierfür, glaub ich, sogar, wenn ich mich nicht irre, hab ich hierfür sogar Punkte ausgegeben. Auch vorab lesen.de. Und zwar meine, äh, weiß ich nicht mehr wie viele, ähm, meine Aktuelle ausgeben muss. Aber ich hab halt, glaub ich, dafür Punkte ausgegeben, weil ich dachte, hey, das ist mega cool. Es sieht gut aus. Ähm. Und ja, es glitzert halt, ne, von, sieht das allerdings langweilig aus. Ähm. Komm, geh wieder dran. Und ich weiß nicht, worum es geht in diesem Buch. Ich weiß es nicht. Ich hab angefangen zu lesen, dachte, dann hab ich weiter gelesen und dachte so, und dann, ähm, ging's weiter mit, was war jetzt eigentlich noch, und warum ist der jetzt noch da, und was ist da passiert, und worum geht es eigentlich? Ja, genau das habe ich während des Lesens gedacht. Bis zum Ende. Ich meine, das Ding hat fast 900 Seiten oder so, ja? Keine Ahnung, worum es geht. Ich weiß es nicht. Ich habe es durchgelesen. Ich weiß es nicht. Punkt. Ich weiß es absolut gar nicht. Absolut gar nicht. Und das ist eigentlich seltsam bei mir, weil ich kann mich manchmal auch an Kleinigkeiten erinnern während des Lesens. Aber hier ist es absolut, es ist nichts hängen geblieben. Gar nichts. So belanglos war das Buch für mich. Ich habe einen Stern gegeben. Ebenfalls, ich glaube, einen Stern gegeben habe ich für das Tagebuch eines Buchhändlers von Sean Bissart. Eigentlich wäre das ganz cool. Ähm, ein, ja, der Schotte, Schotte. Der Schotte erzählt so ein bisschen aus dem Nekäste, dem, wie es in einem Buchladen ist. So. Aber irgendwie ziehen alle, auch wenn ich auf YouTube mal gucke, ne? Die meisten ziehen irgendwie über den Buchhändlerjob her, dass es so unfassbar grausig ist und so, dass man einfach nur dumme Kunden hat. Und genau hier geht es auch um dumme Kunden und seltsame Menschen und so. Und ich frage mich so, Leute, der Job eines Buchhändlers, den muss man mit Leib und Seele verüben, verinnerlichen. Man gibt immerhin etwas sehr, sehr Wertvolles, auch weiter, Bücher und auch das Wissen darüber. Und dann die Menschen zu verurteilen, die sich ein Buch gekauft haben oder die ein Buch kaufen möchten, hinterher in so einer Geschichte einzubauen, geht gar nicht. Ähm, und das war auch weder lustig noch intellektuell irgendwie ergreifend oder so. Es war einfach total dumm erzählt, fand ich so. Und es ist schön, oder ich kann mir gut vorstellen, wie die Kunden sich jetzt von schon besser behandelt gefühlt haben. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass die Werbung gefunkt hat und dass sein Laden einfach nur boomt mittlerweile. Ich weiß es nicht, geht mich auch nichts an. Interessiert mich auch ein Fuchs, ein Leibendrink. Ähm, jedenfalls ziemlich aufgeregt hat mich das Hörbuch Die Nickel Boys von Golfen Whitehead gelesen von Torben Kessler. Äh, von Torben Kessler habe ich ein bisschen was gelesen, gehört, gehört. Ähm, von daher konnte ich so ein bisschen mit der Stimme schon so was anfangen. Daran lag es auch nicht wirklich. Abgesehen davon, dass alles war relativ monoton erzählt, nur, ähm, das N-Wort, was ich natürlich nicht in den Mund nehme, äh, und jeden dafür verurteile, der es sagt, selbst wenn meine Schwiegermutter das sagt, dann könnte ich die echt dann... Ähm, und es sagen viel zu viele Leute dieses Wort immer noch und ich verstehe es einfach nicht. Wisst ihr nicht, was dahinter steckt? Gut, auf jeden Fall, ähm, klar, ich meine, das, ähm, das Ganze spielt in den 60ern, die Rassentrennung ist immer noch und, ähm, es hätte so, so, so toll werden können, das Buch, so unfassbar belebend und emotional ergreifend. Ich habe das Buch von nur vorablesen.de erhalten, genau. Äh, und, ähm, aber es war einfach, es war viel zu platt erzählt. Es war, ähm, weder Emotion noch irgendwas anderes haben in diese, haben reflektiert, was eigentlich vorgefallen ist. Äh, dann, ähm, die Geschichte selbst. Ja, ich weiß, ähm, der Autor selbst ist, äh, farbig, das weiß ich. Von daher hat er sich, äh, hat er auch, ähm, wahrscheinlich so ein bisschen seine eigenen Emotionen mit reingebracht oder seine eigenen Gefühle zu dieser Schwarz-Weiß-Sache, wie auch immer. Ähm, aber dieses ganze Konzept finde ich, ähm, oder fand ich, ging gar nicht auf für mich jetzt persönlich und ich weiß, ich kenne auch einige andere, die das ebenfalls empfunden haben, wo die, wo es einfach, ähm, ja, wo es irgendwie nicht gefunkt hat, ne? Genauso gefunkt hat es überhaupt nicht bei Neuen Fremde von Lian oder Lian, 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 Morbiati, gelesen von Easter Schweins. Ich habe schon was von Easter Schweins gelesen zuletzt, ähm, irgendwas von Kate and Morton oder so. Äh, das Buch ist so unfassbar belanglos. Äh, und diese Neuen Fremde, äh, auch das habe ich vom Bloggerportal erhalten, ähm, äh, sind gar nicht fremd. Manche sind, äh, da ist eine berühmte Autorin dabei, die sich wegen einer Zwei-Sterne- oder Drei-Sterne-Rezension gerade vollkommen lächerlich macht. Ähm, dann ist, äh, sind, ist da eine Dreierfamilie. Es sind ja schon mal drei Leute, die sich kennen. Das sind ja schon mal, da sind ja nur noch sechs. Ähm, aber die, wie gesagt, die Autorin, die kennt noch einen anderen. Dann ist da noch ein Baseball-Footballspieler oder was auch immer dabei. Die sind alle gar nicht so wirklich unbekannt und gar nicht so wirklich fremd. Ähm, das Ganze wird so eine komplette Lüge. So, äh, Eva Heike, äh, ne, Heike Eva Schmidt, Purpum und, ähm, dieses Buch ist so hohl. Kat findet einen Halsreif und zieht ihn sich rum. Ja, wie hohl muss man eigentlich sein? Sie landet so in irgendeinem, sie ist, wird von ihren Freundinnen oder so eingesperrt in so einer Hütte, also Freundinnen, ähm, findet in dieser Dunkelheit ein, ein uraltes Relikt und denkt sich so, Hey, das Ding ist zwar vollkommen verrostet und wer weiß, wie viele Kalt und alles da dran ist, aber ich zieh's mir jetzt einfach mal um und wundere mich, dass es nicht mehr abgeht und ich lande ja natürlich mitten im Mittelalter. Großartig! Ganz großartig! Ähm, jetzt kommen drei Enttäuschungen, die gar nicht wirklich Flops sind, sondern eher Enttäuschungen, die mich einfach, wo ich einfach dachte, Hey, pfft, warum? Als Jasper Ford Fan, ich liebe einfach seine Thursday Next Reihe. Ich bin großer Thursday Next Fan, ähm, weil, so, Zeitreise und so. Ähm, Jasper Ford's Icefade hat mich einfach unfassbar enttäuscht. Und zwar so krass enttäuscht, dass ich dachte, Hey, warum nur? Warum? Ähm, das Ding ist viel zu lang. Man hätte die Hälfte rauskürzen können. Ähm, es sind so viele Belanglosigkeiten dabei und dieser Protagonist, ähm, ähm, Charlie? Charlie Worthing, Charlie. Ich habe das Buch vor einem Jahr gelesen. Ähm, Charlie. Ähm, es war ganz cool, ganz toll, aber irgendwie alles so ein bisschen... Ähm, ne? Versteht ihr so? Ähm, ja, nicht ganz so gut, ne? Drei Sterne, weil es Jasper Ford ist und ich Jasper Ford eigentlich doch ganz gut finde. Oder zwei? Nee, ich glaube, es waren tatsächlich nur zwei Sterne. Ein Mitleidsstern und ein... Stern muss ich ja sowieso geben. So, jetzt, ähm, meine größten Enttäuschungen 2019. Und zwar, keine Flops, nicht direkt, einfach nur Enttäuschungen. Ähm, einmal ist es hier, Aha, Frauen, die ihre Stimme erheben wurden. Aus dem Krüger Verlag habe ich mir gekauft gehabt. Ähm, 2017 auf der Buchmesse. Frankfurter Buchmesse. Direkt von ihr sektieren lassen. Ähm, die Kurzgeschichten sind ziemlich banal. Ich weiß, worum es geht. Ich weiß den Hintergrund. Ich weiß die Storyline. Ich weiß, was sie übermitteln will. Aber es kommt nicht an. Ähm, sie will zeigen, dass Frauen oft unterdrückt werden, ihre Stimme verlieren, ähm, dass sie im Prinzip nur ein Accessoire von einem Mann sind. oder solche Sachen. Das weiß ich alles. Es kommt nun nicht an. Deswegen, äh, ich konnte, ich hab's auch nicht weiter, ich hab's auch nicht beenden können, weil ich mich einfach gefragt hab, was soll das? Was soll das? Warum schreibt sie so diese Fantasiegeschichten, anstatt, dass sie wirklich reale Geschichten schreibt? Klar, wenn man sich das hier anliest, dann weiß man, okay, sie kreuzt gerne mal Fantasy, äh, hat mal gerne so ein paar, ähm, Elemente mit reingebaut, die jetzt nicht ganz in der Realität aufbrechen. Wir erinnern uns einfach auch an, ähm, Vergiss mal nicht, ne? Da landet die Protagonisten ja immerhin in so einer Art Welt, wo die ganzen Sachen hinkommen, die man verloren hat. Der zweite Strumpf, und so weiter, ne? Ja. Aber das ist einfach nicht aufgehängt. Und, ähm, meine absolute größte, unfassbar größte Enttäuschung, ich glaub, des letzten Jahrzehnts, ähm, César Arhan Postwood, was ich dir noch sagen möchte. Ich liebe César Arhan. Ist es ja, ne? Ähm, auch das hab ich mir signieren lassen. Nee, Quatsch, das hab ich gar nicht. Ist wieder blöd. Ähm, das, nee, das hab ich 2018 gekauft, genau, und das hab ich als Leserunde gehabt. So rum. Und, ähm, ich kann Holly nicht leiden. Ich kann sie nicht ab. Sie ist einfach die unfassbar nervigste, ähm, schrecklichste Person, die César Arhan jemals geschrieben hat. In dieser, in ihrer Welt. Ähm, so etwas hab ich noch nie von ihr gelesen. Diese Holly ist die nervigste Protagonistin von César Arhan ever. Im ersten Teil war sie gut. Im ersten Teil keine Frage. Der erste Teil ging ihr ins Herz. Dieser hier, platt und irgendwie enttäuschend einfach. Ich mag Holly nicht. Gut. So. Das Video ist schon wieder sehr lang. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine schöne Zeit, einen schönen Tag und, ähm, erzählt mir doch, was euer größter Flop ist 2019. Oder die größte Enttäuschung und so vom Herzen her, sag ich mal, ne? Bei mir war es ja so vom Herzen her Postscript. Ähm, was ist bei euch los gewesen? Erzählt's mir. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine schöne Zeit, einen schönen Tag und wir sehen, lesen. Bis bald, Ulrich und Janine. Bye.